Heyho liebe Community und herzlich willkommen bei einem neuen Letzt Bild. Heute bauen wir eine Ruine auf dem Server. Ihr müsst ja jetzt nicht direkt sehen, wo das ist, daher werde ich jetzt nur hier einmal so einen kleinen Rundblick machen. Und ja, wir bauen eine Ruine. Ich weiß nicht, wie viele Parts es dauern wird. Ähm, ich nehme das wahrscheinlich hintereinander auch auf oder sowas in der Art. Ähm, ich bin im Moment mit ein paar anderen hier auf dem Server, die wahrscheinlich... Ähm, ja, die ich schon wieder mal anfangen zu stalken. Oder besser gesagt, einfach nur gerade, ja, Dingsen, ne? Ähm, wartet mal, Optionen, mehr Spiele einstellen... So. Ähm, ja. Wie gesagt, Ruine, aber trotzdem sollte ja eigentlich schon ein gewisses Maß an... Ich fühl mich beobachtet, naja. Ähm, erstmal ein kleiner Grundriss entstehen. Ich werde wahrscheinlich dann die Ruine nach hier unten zerfallen machen, also dass dann da, ähm, irgendwie die zerbrochen ist, die Ruine. Ähm, ja, erstmal ziehe ich das jetzt hier hoch. Lass mal wieder noch ein Stück höher. Die macht schon Tag, was natürlich auch immer gut ist. Wie ihr seht, wir sind fleißig am bauen, daher kommen vielleicht auch nicht ganz so viele Videos, wie ich vielleicht doch gerne machen würde. Aber, naja. Ich glaube, da ist gerade einer geflogen. Ja. Ein Zuschauer mehr. Ähm. So machen wir das. So ein bisschen zerfallen halt. Wahrscheinlich werde ich dann gleich hier so ein Jump'n'Run reinbauen und oben findet man ja dann ganz vielleicht doch etwas, was das Herz ein bisschen höher schlagen lässt. Ähm. Genau. So läuft dann wahrscheinlich. Ähm. Die Ruine war zu auffallen. Das ist jetzt der Grund. Ich ziehe jetzt hier mal schnell schon den Boden rein. Natürlich wird das jetzt hier noch alles abgeändert und so, aber es muss halt wirklich erstmal was Grundriss-Dingsartiges sein. Jetzt ist der nächste gejoined. Jetzt sind wir schon vier. Ähm. Das wird jetzt in der Zeit wahrscheinlich werden immer mehr joinen. Oder auch nicht. Oder doch. Oder irgendwas. Ähm. Jo. Wie gesagt. Einen Mitglied suchen wir noch. Könntet ihr euch mal noch bewerben oder sowas, wenn ihr dazu Lust habt und denkt, dass ihr auch bebrauchen könnt. Und ähm. Jo. 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 Jetzt setzen wir mal die ersten Sachen, die vom alten Turm übrig geblieben wären sind. Dings. Ähm. Ähm. Was halt. Wäre das hier halt einfach mal ein Stück höher gewesen. War ja auch ein Turm, der wirklich hier im Berg stand und dann auch an die Bedingungen so gesagt angepasst sein musste. Da finde ich kann man das auch in verschiedenen Höhen oder sowas machen. Ähm. Ähm. So. So. Und das. Und. So. Und. Da hatte ich. Ähm. Ja. Ähm. Wie mache ich das jetzt am besten? Ähm. Ähm. Ein bisschen Jump'n'Run muss ja wie gesagt drin sein. Und. Und. Da muss ja auch mal irgendwie eine Fläche sein. Ich glaube ich mache das einfach so. Ähm. Hier hinter werde ich jetzt ein Stück Mauer machen. Was in der Art. Genau. Das sieht eigentlich auch schon ganz nice aus. Ähm. 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 Ja. Das regt vielleicht auch. Aber. Wie gesagt. Ich mache meine Videos immer spontan. So gesagt. Und. Ähm. Ähm. Wie heißt es? Ich. Vertone sie auch nicht nach. Genau. Das wollte ich. Das war dieses Wort suchte. In meinem nicht so großen deutschen Wortschatz. Und. Und. Das wäre die. 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 스프로. Die. Die. Der Eingang. Das war der 2. Dreht hin. Also. soak den ins. Flat. Der Eingang. nicht gefallen hat, vielleicht werdet ihr das hier auch gar nicht finden, aber ich finde, dass so ein Oiden-Netzbild irgendwie passt und da es das auch noch so oft auf YouTube gibt, wollte ich das dann einfach mal machen. Ja, ich hoffe, dass das gefällt euch, ich würde mich auch über einen Kommentar freuen, wo ihr mir vielleicht auch Sachen sagt, die ihr festgemacht hättet, schlechter gemacht hättet, was auch immer, einfach mal einen Kommentar damit, ich weiß, ob euch das überhaupt alles gefällt. Ich hatte ja letztens das Video gemacht, in dem ich euch gefragt hatte, was ihr gut findet, da kam halt wirklich immer die Antwort, die ich eigentlich auch erwartet hatte, dass ihr das Bild sehen wollt, das andere machen halt zu Ziele, wie ich auch gerade gesagt hatte, da guckt ihr lieber mal bei den großen Übergang, vielleicht zwischendurch kann man das auch noch mal bringen, das ist ja auch nicht das Schlimme, glaube ich, aber ich sollte halt größtenteils dann doch bei den Netzbild bleiben, weil das halt noch nicht so weit verbreitet ist. Das muss halt was zerbrochen wirken. Und jetzt überlege ich gerade, werde ich jetzt hier so ein bisschen Holzartiges machen, das muss ja auch irgendwie so gesagt zusammenführend wirken. Ähm, das hält das dann so. Dass er jetzt nicht so richtig zerfallen ist, kann man das ja schon mal immer zerwirken lassen. Also das ist nicht ganz so kaputt, sondern einfach nur, wenn irgendeinem Wohl vielleicht einmal getroffen wurde. Das heißt, ich kann hier auch Stützen machen, mit dem gleich so ein bisschen Holz, was ich jetzt schon verlege. Ich kann halt irgendwie so verlegen. Vielleicht auch mit, ähm, einem Loch oder so. Das kann ja sein, das ist, man muss halt wirklich so an eine Ruine denken, wo alles kaputt ist, wo die Fulte eingeschlagen sind. Ähm, ja, dann kann hier auf den Boden, irgendwie so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen Zeug liegen. Ähm, ich finde das sieht ganz gut aus. Man kann natürlich auch noch hier die beiden, die neuen, dazu gekommenen Zäune benutzen, was eigentlich auch noch ganz so nice aussieht, wenn man die an den richtigen Stellen benutzt. Ähm, ja, 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 ja. So sieht das aus. Es muss halt alles wirklich zerfallen aussehen. Es darf wirklich nicht danach aussehen, als ob das eigentlich noch bewohnt ist. Vielleicht von Monstern, aber sonst auch nichts. Nichts. Ähm, oioioioio. Ich habe gerade mal geschwiegen. Nicht, weil ich irgendwas hatte, aber einfach nur, dass ihr die ganze Zeit hört. Ist auch nicht so interessant. Daher kam dann deine Schweigewikunde raus. So, erstmal wird das jetzt hier alles so ein bisschen zerstört. Ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal timelapsen, Dingsen. Ich würde sagen, los. Ich würde sagen, los. So, ähm, das war's auch schon. Die Ruine ist jetzt, so gesagt, in das Schönheit. Ich mach jetzt mal schnell den Boden und dann war's das für die erste Folge. Ähm, ja, weil der Boden soll natürlich auch nicht ganz normal und squibbel aussehen. Ähm, man kann natürlich auch gar nichts einbringen. Man kann was größeres machen. Was ich vielleicht nicht machen würde, wäre ein Sound einbringen, weil das sieht einfach nicht so ganz wundervoll aus. Meiner Meinung nach. Hm, das passt auch nicht so kaputt, weil da dann, so gesagt, sich ein ganzes Loch wirklich bildet. Und, ja, so noch. Man sieht jetzt ganz nice aus, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschööö. Tschööö.